Läuft er bei dir da drin? Ja, ich hab den Kopf weggeschossen. Ich find's witzig, dass die dann noch immer so ein bisschen weiterlaufen. So. Dann darf ich dich wieder hochschmeißen. Ja, guck mal, da steht einer drin. Uh. Uh, da kommt noch einer. Ja. Pass auf, hinter dir. Boah. Komm. Das ist ein bisschen. Roundhouse Kick. Hilfst du mir mal? Komm, ich helfe dir mal. Wie soll ich Spiele retten? Hä? Versteh ich nicht. Irgendwas ist halt hier mega am Längen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Dreh, Trills. Bäm. Der macht gar nix. Nee. Ich glaub, du fliegst gleich wieder. Ich hab so das Gefühl. Ja. Hast du geschossen? Ich hab dir zwei, dreimal den Kopf geschossen. Du siehst ja nicht so toll berauschend aus hier. Aber ich hab auch nix mehr dabei, um dir zu helfen. Äh. So, ich komm mal zu dir, ne? Also ich möchte... Ja, ich hab so... Ja, ich hab so... Ja, hallo. Also irgendwie ist das, äh... Ziemlich... Leggy. Leggy heute, ja. Leggy trifft er nicht jetzt gut. Ich beeil mich mal, dann nochmal die ganzen Sachen hier mitzunehmen. Handgranate. Boah. So, da oben kommen sie. Die streckt die Hand aus, bleibt in ihrer Animation stehen. Und nimmt dann die Sachen auf. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Hm. So, ich hab hier alles mitgenommen. Weil er nicht wieder nach unten zu kommen. Ich glaub, du in den Arm hier schaust. So. Ach, hast du schon alles? Ja. Wollte ich dir von hier oben helfen? Ja, ich hab dir gesehen, wo die herkamen. Da hab ich dann direkt da oben hingefossen. Geschossen. So. Hier war der Kerl drin. Da gab's, glaub ich, Munitionen. Das ist auch nicht direkt nach, dass das draufschlägt, ne? Wieviel hast du denn noch? 25. Nehme die mal. Und ich lad mal grad. Ja. Ich höre Geräusche. Ach, da kommt der. Das Geräusche. Oh. Hallo. Ich find's witzig, dass die da noch so weiterlaufen wie so'n Huhn. Ja. No head, no problem. Du bist da einfach in diesen Ding, Kisten, Dings da einfach reingerannt. Du hast das nicht kaputtgeschlagen, einfach reingerannt. Ach. Irgendwelche Sachen kaputt, Mann. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Du bist da, wie der wieder bei mir rumspringt, ne? Dann steht er da, dann steht er mal zwei Meter weiter rechts. Ja, der kann halt, ne? Ich hab' dir in den Kopf geschossen. Laut Drehbuch musst du jetzt fallen. Ja, komm, zeig die Rübe her. Hey, 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 hey. Bleib mal auf deine Dings da. Ja, aber ich glaub, jetzt passt's wieder mit. Du solltest mal nachladen. Oh, ja. Ich geh' hier mal nach oben in den Täuschen rein. Ja. Und versuch'n. Sie ist von innen verriegelt. Das heißt, da kommt man bestimmt irgendwie rein. Dann können wir ja unten reingehen, da waren wir eben schon da. Vermutlich von unten. Richtig. Gold ein bisschen drin. Was ist das? Ach, hier, deine Schrotgewehr-Munition. Ja, ich bin ja nicht. Kann's gerne haben. Willst du dich auf irgendeine Waffe spezialisieren? Mal abgesehen von der Pistole. Ich brauch' irgendwas, was schnell schießt. Also irgendwas Maschinengewäß. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ich hab die Tür aufgeschlossen, sie ist nicht mehr verriegelt. Wie kommen die Treppe runter? Die Treppe runter? Ich bin noch oben. Wie kommen die Treppe wieder hoch? Junge, die schießt ihr in den Korb. In den Korb. Ich glaube. Ich nehme derweil mal die Brandgranate mit. So, ist da oben noch was? Ich war da oben, da hab ich die Tür geöffnet, die wir gerade eben nicht aufbekommen haben. Hier ist eine Kiste. Was ist denn in der Kiste? Ich hör dich jetzt übrigens auch wieder sehr gut. Eine antike Uhr war da drin. Was war da, Kuchen? Das ist ja eine antike Uhr, kein Kuchen. Kuchen? Kuchen, verstanden. Bist du runter? Nee, du stehst hier oben noch rum. Ich bin doch da. Ich weiß nicht, ob ich da rüber hüpfen soll. Oder ob das... Oh, hier ist noch ein Fass. Wenig Gold. 200. Natürlich. 200 Dollars oder was auch immer. So. Ich glaube, wir sollen da rüber. Bist du rüber? Nee, ich bin noch mal nach unten, aber... Hier oben ist noch eine Tür. Weil da unten war noch ein Fässchen. Ah. Aber ich glaube ja, wir sollen da rüber. Ich nehme das Gold hier noch mit. Ach nee, ich glaube hier ist die Tür, durch die wir sollen. Ja. Also da oben gibt es nur noch extra Zeugs. So, hier... Ach, da unten bist du. Oh, das geht nicht auf. Zusammen sind wir stark. Hilfe! Hilfe! Somebody help me! Hier kann man eine Leiter nach oben. Kommt man da irgendwie in das Häuschen rein? Hast du da einen Weg gefunden? Oh, da habe ich was gesehen, was mich interessiert. Ich möchte in das Häuschen rein. In das, wo ich gerade drum rumlaufe? Ja. Ja, da kann man rein, da ist eine Tür. Nee, Schluss. Bin ich an der Tür vorbeigelaufen? Da hinten? Nein, da war es nicht so. A short gun! Na, mein Inventar ist voll. Ich nehme dir gerne Sachen ab. Ich gebe dir mal hier so eine Granate. Dankeschön. Nimmst du die short gun? Short gun. Dann legen wir die auf. Ach, kann ich die nicht bewegen? Oder so. Ja gut, dann machen wir das doch mal so. Nee. Nee. Ansonsten ist hier nichts dran, ne? Nö. Ich rüste mich mal mit der short gun raus. Gott sei Dank, man gibt's ne pump gun. Warst du schon oben drauf? Nein. Ich komme mal mit. Ein Dach voller ohne Möglichkeiten. Gehen wir halt wieder runter. Darin gehen wir halt eben zu der blonden Nase da hin. Ich weiß, du willst nicht, aber wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Das war doch irgendwie klar. Ich spreche dir die Frage, sind sie okay? Da kommt sie auf dich zu und... Halt. Stillmännchen. Oh, BAM! Nice. Ach, der steht nochmal auf. Ich geh mal ein Schritt hin. Hinter mir war glaube ich gerade einer. Ja. Geh weg. Du hast keine Schuss mehr in der Pistole. Hau ab. Aufspießen. Ich glaube es hilft bei dir. Bei ihr aber nicht so viel. So jetzt aber schnell. Und aufspießen. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Geh weg. Du hast nix mehr. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich müsste ja eigentlich noch... Ja, ich hab noch. Äh, geben. Ich hab das alles verballert. Ich hab da eher komisches Relief oder was jetzt mal aufgerufen. Geh weg. Es ist glaube ich so ein Artefakt. Das man so Geld machen kann. Haben wir aber beide bekommen. So. Töne ich ihn auf. Auf jeden Fall war das klar, dass du uns angreifst. Da kommen drei Indi. Wir haben Kontakt mit Alpha Team verloren. Sie sind unter Attacken von einem unidentifizierten Hostel. Reif für Kinder, die wir in die Hand nehmen. Warte mal, warte mal. Oh, ich hab grad was für dich aufgehoben. Sind die alle doof? Ja, sieht so aus. Hier sind zwar noch was. Ach, da steht noch einer. Hallo. Blub, 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 blub. Ich find's schön, dass sie einfach wegblubbern. Der gibt nix. Da lassen. Außer dir natürlich. Wie gesagt, meistens. Ach guck. So, ich hab noch 13 Schuss mit der Pumpgun. Dann. Danach ist es ziemlich dürftig. Ja. Das ist, kann man ja auch da von rechts kommen, welche. Oben von dem Trailer. Eh, da habt ihr ne Granate. Roundhouse Kick. Nein, 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 nein. Boah. Boah. Mouse up. Ey. Ich kann das Spiel überhaupt nicht, ne? Ach was. Ach was. Wir sind, wir sind ein Team. Ja. Hast du doch vorhin gehört. Ein Team. Gold, Pistolenmunition, Pistolenmunition. Soll ich die beides nehmen, oder? Ja, nimm mal beides. Ich hab noch ein bisschen was an Pistolenmunition über. Öffne. 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 Geh halt drum rum, ne? Oder müssen wir die zusammen öffnen? Weiß ich nicht, aber hier ist ein Weg. Auf jeden Fall. Ja, ich... Oh, da stehen noch Fässer. Ah. Hier ist nochmal Pistolenmunition. Ja, da hätte ich lang gegen treten können, wenn ich das hier so angucke. Warte, kann man doch bestimmt hier mit dem Messer... Dein Messer schärfen. Oh! Es bewegt sich sogar. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Naja. Wir sind ja drum rum gekommen, ne? Das ist ja nicht. Nein! 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 Peno! Na ja. Ich glaube, wir haben den Abschnitt geschafft. Oder? Neuer Zwischenspeicherpunkt! Ja! Speichern! Oder dunkel! Ja, genau deswegen habe ich das gar mal relativ hoch gestellt. Hallo? Ich hab noch gefragt. Ich hab noch gefragt. Ich hab noch nicht hoch. Passen wir auf, dass hier nichts passiert. Ich bleib mal hier stehen. Ich mach das so, wie es vorher war. Ja, dann mach ich das bei mir auch noch schnell. Nice! Ich hab noch mit euch in die Kinschinen gelieb. Ich hab noch mit euch aus. Und dann halt mit euch in die Kinschinen gelieb. Vielen Dank.